hallo ihr lieben willkommen zu einer wochenlesung ok ich sehe so ein herabfallenden stern ja also wieso ich beschreiben ja du wirst eine erfreuliche nachricht bekommen oder es wird sich etwas in erfüllung gehen woran du sich so lange zeit gesehnt hast ja dann hast du ernsthaftes gespräch mit einer person kann familienmitglied sein kind arbeitskollege freund freundin ist zwar keine auseinandersetzung aber also aber ein ernsthaftes gespräch ja also kein streit dann sehe ich so ein auto als wäre so eine reise geplant oder eine fahrt irgendwo hin in sachen liebe wird sich so einiges an abenteuer anbahnen bei dir wo du so ein bisschen über dich hinaus gehst ja und auch mit dem partner oder mit der partnerin oder flirt da was interessantes erleben wirst in was für einer form auch immer also diese woche wird dir nicht langweilig ja alles liebe ja 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 ja